Immerhin können wir uns hier auf die recht einfache Wegfindung verlassen, weil hier das Spiel wieder recht linear aufgebaut ist. Das sieht aber nicht sehr natürlich aus. Hier das ne, ach komm, zack, haben. Ganze acht Energiepunkte waren es glaube ich, oder sechs, ich weiß es nicht genau. Hat mir nicht beide Zahlen gemerkt. Ach, der ist schon tot. Können wir das abschießen? Ne, aber es wackelt. Wieder irgendwelche Eier. Ach, Leute. Ach, Menno. Immerhin verenden die anderen Dinger hier drin. Aber das gefällt mir nicht. Ja, du auch. Schön baden gehen. Aua. So. Weg mit dir. Ham. Sag ich gleich hin. Erstmal alles mitnehmen. Psst. Alles mitnehmen. Hier nochmal schauen. Es gibt teilweise hier irgendwelche versteckten Sachen. Ich muss mir dann nochmal ein bisschen was von dem Leben hier schnappen. Nochmal ein bisschen von den Früchten der Natur abgrasen. kommt mit. So. Das mache ich aber hier mit. Oder geht es auch damit? Ja. Es tut mir leid, liebe Maden, aber ihr würdet euch ja sowieso zu Viechern entwickeln, die ich beseitigen müsste, weil ihr mich angreifen wollt. Daher ist das jetzt präventive Notwehr. Ja. Bevor ihr etwas machen könnt, schon mal etwas gegen euch tun. Zack. Der haut ab. Na, hau doch nicht hier ab. Stell dich deinen Gefahren. Oder eher deinem Tod. Zwei. Nur zwei. Okay, doch noch mehr. Löp. Einmal ausgelutscht. Strohhalme rein und foink. Voll gelebt. Ja, eure Freunde sind das. Ja, ich trete sie alle platt. Alle, alle. Warum müssen wir denn jetzt lang? Ja gut, wir gehen da lang, wo es lang geht. Jetzt sind wir gleich voll mit Leben. Ich will nicht wissen, wie die Schuhe danach aussehen. Okay, der nächste Abschnitt. Hat mir hier runtergefallen. Wahrscheinlich werdet ihr die Ladebildschirme wieder nicht sehen. Das ist einfach ein Standbild. Das Wortale light. Und mit Vortal sind bestimmt die Vortigons gemeint. Oh, ich stelle meine Videos in ein Internet-Vortal. Ameisenlöwen. 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 Rebellen vielmehr. Hallöchen. Das ist Gordon Freeman. Der Vortigon sagte, er sei auf dem Weg. Dr. Freeman, Alex Vance ist hier drüben. Der Vort kümmert sich um sie. Dann lass mich auch noch zu Wort kommen. Ah, die Witze mit denen wäre nicht besser. Freeman, es ist gut. Es ist gut. Alex, wie geht's dir? Alex Vance ringt mit dem Tode. Das ist schlecht. Die meinen sind noch nicht da. Fürs Erste müssen wir ungestört sein. Naja, also das. Wenn du schon da bist, Freeman, kannst du uns auch helfen. Ich erkläre dir die Ameisenlöwensensoren. Hier ist Nachschub, wenn was ist. Medikids, Munition und so. Sensoren. Ja, Selbstschussanlagen leicht modifiziert, möchte ich behaupten. Nicht nur wegen der äußeren Erscheinung. Auch schießen die nicht auf uns. Dann erklär mir das mal. Ach, da bist du. Hey, Freeman, komm hierher. Hey, ich bin noch da. Der Sensor leuchtet, wenn ein Ameisenlöwe durch den Tunnel kommt. Mehr Lichter heißt mehr Ameisenlöwen. Wenn ein Tunnel aufleuchtet, blockieren wir ihn mit Türmen. Ganz schön einfach, ha? Ja. Auf dem Weg hierher, dir ist niemand gefolgt, oder? Hör nicht auf ihn, Doc. Wir sind angespannt, denn hier wimmelt es von Ameisenlöwen. Der Wort sagt, solange wir nicht auf ihre Larven treten, sollten sie uns vom Nest aus nicht hören. Nun ja, ich würde es nicht unbedingt darauf ankommen lassen. Wir haben nur noch zwei Türme. Und selbst die sind nur noch mit Draht und Klebeband zusammengehalten. Gut sie da zu haben. Aber ich würde nicht die Hand für sie ins Feuer legen. Hey, Griggs, zeig Dr. Freeman doch mal, wo der Nachschub ist, ja? Oh ja, da unten beim Wort. Alles, was du brauchst. Sie kommen! Ähm, ähm, liegt es daran, dass wir auf die Larven getreten sind? Ach, da ist ja auch... Ey, ich probiere mir erstmal Nachschub. Hier erstmal eine ordentliche Waffe. Erstmal die SMG. Hallo, schreit doch nicht so rum. Ah, wunderbar. Aber noch hält der Turm das ganz gut aus. Ich lasse es einfach mal. Hier sind auch die beiden Kumpels. Ja, habe ich. Ich bin mittendrin, statt nur dabei. Hier ist auch noch Munition. Für die Shotgun. Die, glaube ich, gegen die Dinger noch angenehmer ist. Da ist er. Das Türmchen können wir wieder mitnehmen. Und damit rum schnetzeln. Aber es hat schon einen ganz guten Platz gerade. Hier. Ja, ich bin einer. Ich habe nur eine gute Tarnung an. Ähm, hier haben wir jetzt eins, zwei von den Geschütztürmen. Aber eins, zwei, drei, vier Eingänge. Hey Freeman, kümmere dich um die Türme. Ich mache das hier. Turm. Mit unendlich Schuss. Hier hin. Pam. Was ist das denn? Ach, cool. Hier haben wir wieder diese hübschen Minen. Die wir damit hochnehmen können. Ne, die Hüpfer. Auch leicht modifiziert. Ich tue da einfach mal einen hier vorne von hinten. Zack. Der rammt sich wieder in den Boden. Was die machen, kennen wir ja noch aus dem letzten Teil. Ansonsten seht ihr das später. Mist waren sie genau. Hier ein Licht. Das heißt, hier kommen nicht wirklich viele Viecher. Das heißt, es reicht hier vollkommen aus mit dem Ding. Ja, wenn ich komme, dann geht die Party ab. Und zwar zwei. Zwei von den Leuchten. Das heißt, da kommt viel. Wir können uns die Kisten einmal rausholen. Ist, glaube ich, besser. Dahin. Und dahin. Energie für uns. Zwei nicht viel, aber immerhin. Und solange es nur dieser eine Tunnel ist, ist das alles machbar. Check. Das sieht aber ganz gut aus hier. Wir müssen gar nichts machen. Wir sind zu viert quasi, wenn man den Turm mitzählt. Aber trotzdem, hier sind überall genug von den Teilen. Die platzieren wir dann später nochmal. Komm schon, bleib dran. Bleib hier einfach hier. Boah, ich nehme jetzt schon mal einen von. Zack. Wir haben 36. Deck 12. Aus zwei Richtungen kommen sie. Hier mache ich einen hin. Ja, wenn Sie von der Warnse siehst, rüsten Sie gefälligst runter. Ja, nein, klar. Die sind nur 1,20 groß. Was will er? Wanzen 1,20? Jetzt haben wir hier diese zwei Durchgänger, die belagert werden. Aber wir haben ja zum Glück zwei von den Schussanlagen. Alter, jetzt reg dich ab. Hier. Das geht noch. Hatten wir da nicht so ein Hüpfdingen? Oh, ja, es läuft ja ganz gut gerade. Ach hier, ach, gucke mal. Da ist auch noch die Munition für die SMG, aber die ist schon voll bei uns. Hier kommen wir theoretisch auch noch hoch. Das Ding erfüllt seinen Zweck. Schäckli. Was? Schäckli. Was? Vergiss es. Schäckli? Wir haben den Durchbruch. 1, 2, 3. Hier ist ein Ding hin. Da hinten muss noch eins hin. Wir haben ja gesehen, dass ein Teil hier alleine das auch durchaus aushält. Alles abhält. Solange hier nur ein Licht überall ist, ist das nicht weiter schlimm. Aber haben wir jetzt echt durch unsere Getrempel auf den Larven die Dinger eingeloggt? Das ist ja ein blöder Platz. Ach, hier sind sie jetzt. Nein. Ihr müsst aufpassen, alle beide. Ich nehm doch mal sie hier. Auch wenn die wahnsinnig laut ist. Da kommt auch nichts mehr durch. Na. Die Kollegen dürfen nicht sterben. Frisblei. Richtig. Ich hab 10. Ja, wir alle haben 10. Da sind Hunderte davon. Hey Doc, deck den Durchbruch. Bei 12. Wir haben 24. 12, 24, 36. Hier sind... Oh, 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 oh. Da ist zum Glück überall was. Aber schafft ihr das denn? Sind wir jetzt alleine bei dem Ding hier? Komm, hier. Äh, nein, schlecht. Böse. 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 Weg mit euch. Ah. Ich muss nachladen. Ach, Mensch. Das klingt das. Hahaha. Die dürfen nur nicht unten an den Vortigun kommen, der Alex hier gerade noch am Leben hält. Ach, genau. Das meinte ich. Ach, ihr... Ach, scheiße. Das geht doch nicht. Leute, helft nochmal mit hier, ihr da hinten. Okay, das war jetzt nicht die heldenhafteste Tat hier gerade. Haha. Ruhe. Klar könnte noch viel sein. Wie kommst du denn da drauf? Wir haben 12. Ein Dringlinge bei 36. Wir haben... Überall was. Oh Gott, die kommt wohl überall. Ich muss nicht erst schnell die Waffe dahin. Und ich muss hier unbedingt die Dinger hinschmeißen. So. Nein, den. Da einen hin. Den... Der kommt auch nochmal mit. Hier, zack. Wir kümmern uns jetzt hier um den Kram. Da hinten sind ja noch die Türme. Hoffe ich, dass die noch stehen. Ja. 1, 2. Sehr gut. Das heißt, das hier ist unser Gebiet. Ach, Mensch. Wir haben ja noch die Granate. Wir haben ja noch... Ach, verdammt. Wir könnten auch... Ich mach das in der nächsten Runde. Falls noch eine kommt, ist anders. Lade erstmal nach. Erstmal aufladen hier. Wir haben nur zwei Schussanlagen. Aber vier Eingänge. Oh, was ist das? Boah, was spackt der denn jetzt hier rum? Also das Spiel, nicht der Typ. Ähm. Alle Tunnel beobachten, Freeman. Ja, ist ja gut. Ich hatte die Idee, dass ich die Dinger hier unten hinstellen kann. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Weil die hier sind doch relativ schutzlos. Ich probiere das einfach mal aus. Aber wie sieht das hier denn eigentlich aus? Wir können alternativ auch das Ding einfach vor uns her tragen. Weil das macht doch relativ viel Schaden. Ich hoffe, das klappt so. Ich hoffe, es ist sehr, sehr schade. Wir sind ja immer noch selbst dabei hier. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Irgendwie mag der Rechner das gerade nicht so. Oh, nein. Jetzt ist dein Turm kaputt. Was? Wo sind denn der kaputt? Ach, scheiße. Jetzt sind beide kaputt. Ja, leck mich doch. Alter, scheiße. Oh, nie. Huh, das war knapp. Ach, spitz. Aber ich hatte gerade Probleme mit dem Laden und Speichern. Ja, ist ja gut. Ich werde sowieso gleich erstmal eine Aufnahmepause machen. Weil es drei Lichter sind. Beide Türme sind kaputt. Ist ja gut. Aber immerhin ist hier nichts. Aber immerhin nur aus der einen Seite. Ah. Okay, das ist was anderes. Ich sollte nicht so auf Speichern, wenn ich gerade spacken. Wir töteten viele Ameisenlöwen. Doch viele sind noch übrig. Alex Hans braucht unsere Hilfe. Keine Zeit. Zu viele Ameisenlöwen. Sie sollen verstummen. Ich muss gleich unbedingt hier den Rechner mal neu starten. Und ich mache jetzt gleich sowieso erstmal eine Pause. Ich glaube, das geht so nicht. Ich mache die Pause einfach jetzt. Und wir sehen uns gleich wieder. Ich will vorher noch andere Leute kommen. Auf Wiedersehen. Tschüssi. 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 Vielen Dank.